Ticket will Weltfrieden! Gestern Abend war ich mein Liebhaber was essen gewesen. Ich wollte eigentlich nur einen schönen Burger essen. Was habe ich da gekriegt? Schau sich das mal an. Falt rum. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hör doch mal die ganze Rebe! Einfach nur ein Trist jetzt! Hallöchen! Zu Gay TV! Da ist der goldene Spritzer! Leck nicht! Er braucht den Satz! So laut! Oh mein Gott! Ich muss das lachen! Liebe Freunde! Willkommen bei meiner... Guten Abend! Ich bin Pamela Pömpel und präsentiere euch heute meine neue Sendung Kuriositäten auf aller Welt Hierzu lade ich mir ein paar Kuriosi... Kuriosi... Neue... Also da ging ich nach Polen weil Doktor... ich glaube Arschlowski wie heißt die... hieß er... Und... Ich hielt die geschehen die ganze Presse und dann gucke ich... Oh mein Gott! Mein Präten! Der war einfach... So jetzt hoffa ist das Schluss! Jetzt geht weiter am Tag! Kommt alles bei die Outtakes! Wie sagst du Lampen oder was? Ach nie! So kurz! Schnitt! Und... Machen wir kurz nen Schnitt! Habe ich keine Lust? Ne! Gut! Einfach frei! Ja! Guten Tag! Ich bin der Galle! Ne! Freue ich nicht! Beschlossen! Na du warst dran! Na ja! Wieder hin! Da steht so auf richtig hart! Oh ja! Ja! Dann muss richtig klatschen wenn ich die ran hole! Wie oft zu lachen ist die Kuh! Und zwar... Ich bin jetzt nächste Woche in... Scheiße! Das ist ja so geil! Der war ne Popparadies! Ja! Oh ne Mann! Eben! Na bitte selber! Na dann! Das ist ja so geil! Also... Kannst du weiter machen? Ja? Ja! Ja! Jetzt weir! Ich und Gina... Möchten dich gern für unserer Redenfahrt in Ralles Pokparadies anladen! Wo wir beiden... und viele weitere... geile... Ja meine... Ha Scheiße! Warum tun sie nichts? Warum hat man nur Lust gelacht? Ja, ne? Meine ist jetzt ja... Scheiße! Einen guten Tag, meine lieben Männer! Willkommen zu meiner heutigen Sendung wieder! Günni spricht! Wann ist das? Durch das Zuck oder was? Ne, die war's Platz gleich! Wie die war's Platz? Da spricht doch! Ach du liebes Abend doch!